Hi Sniper Elite 4 Und ich komm nicht an die Kiste Weil So, jetzt aber Der Typ, die Leiche im Weg liegt Na gut, ich hätt die Leiche auch im Kranken Stolen Munition Ja, muss reichen Okay, solange ich mich hier innen drin befinde, kann ich auch dieser komische Panther-Turm nicht erledigen Oder anschießen Der hat aber ne Ahnung, wo ich bin, das ist scheiße Und hier ist irgendwo ein Gegner Drin, hallo? Da ist keiner Panther-Turm ist da hinten Wachsam bleiben Leiser Da ist der Oh Gott, da ist so ein So ein Panzergeschütz Ich hätte euch nun lang kraxeln können, aber Äh Er kommt da Und warum kommt der? Ach, der hat mich gehört, wie ich die Lampe Geschossen hab Oh, der hat mich gehört Ja Da ist keiner mehr. Äh, ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee war. Im Nachhinein betrachtet. In Retrospect war das vielleicht die düngste Idee ever. Ein Engländer. Irgendwer hat mich gesehen. Alter, 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 alter. Geht nur ab. Na fuck. Weg. Fuck this shit I'm out. Fuck this shit I'm out. Ne, 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 ne. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, Leute. Bestimmt nicht. Ich könnte mich mal sowas von dermaßen. Alle Füße lecken, bitte. Alle Füße. Ähm. Allen beiden. Das seh ich bestimmt mal gar nicht ein. Hol' ich mir den da. Dann wechsle ich auf normale Munition und dann hol' ich mir den, das Ding. Nicht zu weit drehen. Nicht zu weit drehen. Ah, kacke. Laut dem Indikator würde ich ihn hier noch kriegen. Ja, als ob. Als ob. Als ob. Okay, hier drin sind auch noch ein paar, aber da komme ich so ohne weiteres nicht hin, ne. Ich muss jetzt alle von da oben runter öffnen, ne. Kacke. Da fug, da fug, da fug. Wo kommen die alle her? Wie viele das sind. Hm. Hm. Alter. Alter. Ich komme alle immer näher. Die kreisen mich hier voll ein. Mal halt Licht aus. Ist dann immer so leicht mich zu finden. Muss den ja nicht leichter machen als sowieso schon. Ich gehe nicht so leichter machen als sowieso nichtТы durchsua. Ich glaube nie. Hast du das andersherum außerinander auf alles ging? Das ist so warm Whenever da ist drauf. Ich bin super wert, als außerראל. Nicht genugIST brave, als ob ich Angst species votre Kinder und ihr preferences für diese das wäre in cái Schenspieler. Dies hätte cooperation damit irgendetwas aus im Leben. donde in das Z según ganz ernst heißt. Oh Also glaube ich gar keine Muni mehr Fuck Oh Aha Er läuft noch einen Meter weiter Dann krieg ich gleich einen Kill Ah Sehr gut Judging by this document OSS will right to be worried The Nazis have definitely intercepted our communications Ja Uh Weiß aber Flickshots ey Oh Lief aus der Heimat So ein bisschen äh Warte machen wir mal ein bisschen Radau hier ne Radau will ja eigentlich Ich kann ihn machen Lieber irgendwie leise lösen Was war das? Du fantasierst Du fantasierst Du fantasierst nicht Boah Wo ist er denn? Hä? Ich seh ihn nicht Da Soll ich mich vielleicht mal heilen ne? Oh so als Idee So jetzt hole ich mir erstmal den da Oder auch nicht Erstmal hole ich mir den Nice Oh okay Ich muss rein Das wär geil Yes Oder? Ach nicht der hat sich in dem Moment Doch ein Doppelkill Okay geil Fuck Alter ich hab nur noch die Pistole Äh die Mündungsfeuer gesehen Alter Krass Oh mit deinem Schädel Oh mit deinem Schädel Fuck Meine Gute Meine Gute Jetzt hab ich hier aber alles ne? Bis auf den da oben Okay Völlig übertrieben Völlig übertrieben gerade Nichts anderes So hier sind vielleicht Pistolen, Pistolen, Gewehr Und Da haben wir manchmal was dabei Die Offiziere Außer Unterschallmunition Und so Ich bin schon der Gelb Woll ich gar nicht Das Ding nimmt mal die Luft Ist zwar schon kaputt Aber hey Ja Vollständigkeit halber Sollte ich nicht so nach ihm gehen Das hab ich ja gesagt Nur ich tun Tue ich es trotzdem Das war nicht so schlau Hallo Kriegst du jetzt mal die Luft? Ja dann halt nicht Okay Map Das hab ich Das hab ich Forschungsstück Dinger Anlage neutralisieren Ich geh jetzt hier hin Hier hin Hier hin Hier rein Also hier rein Hier unten rum Und dann hier Kessler finden So mein Plan Mein Erklärer Hier hab ich ja vorhin schon Bereits alles Erledigt Da ist auch noch Irgendwie so ein Geschützding Muss ich mich mal anschleichen Gleich Also jetzt gleich Was ist das hier eigentlich? Was steht eigentlich hier? Kreuzers zielen Das sind die Interessanten Da sind also die Krassen Stellen An denen man das Die Schiffe erledigt Sehr interessant Wieder was gelernt Okay Okay der hat mich In mein Visier Aber der kann mich hier nicht treffen Richtig Ne kann er nicht Ich kann ihn Kommen da nicht Hauen Das ist wieder das Sperrgebiet Irgendwie würde ich aber gerne noch mitnehmen Was ist das da oben? Kann man da rüberklicken? Schießt du mal Aha Vollpfosten Okay da sind drei Machbar Ich weiß dass da drei sind Und einen davon habe ich schon markiert Alter was ist das denn eigentlich für ein Ding Mein Fressen Was ist denn da los ey? Ähm Unterscheid bitte Ich sitze aber auch direkt unter der Lampe Ich bin noch ein Vogel ey Weißt du Von wegen ich bin hier vollgedeckt Ja Nicht mit dem Ding im Rücken Shit Da ist ein Sniper Genau Gacha Wo Wo denn? Ich sehe ihn nicht man Von wegen Gacha Versucht gerade ihn zu markieren Aber Dann gehen wir den weg Und den da hinten nehmen wir auch noch mit So Dann haben wir die Rücken aufgeräumt Und jetzt müssen wir den Sniper dann kriegen Da hinten an der Brücke Da ist er Den kriegen wir doch Und Tschüss Am Warten Gacha Durch das hier Das war normale Munition Ne Wir haben mich denn damit geschossen Ja Gewöhnliche Verrückt Wollte ich eigentlich gar nicht War gar nicht so gut Okay Schnell hier hoch Mal gucken Was diese Oh hier Oh fuck Oh fuck Ben Das hat jetzt Jeden einzelnen Oh 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 Ah ne Ich dachte das Ding fällt um Und uns drauf So Wenn jetzt nicht jeder einzelne in dem Lager wach ist Weiß ich auch nicht Ich sehe sie nur nicht Obwohl da rechts ist keiner wach Dann gehen wir jetzt hier links rum Und schnappen wir uns hier diese Waffen Weil sonst sehe ich gerade kein Gegner Ähm 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 Shit 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 Da ist noch einer Shit Da ist noch einer Was da oben sind Zwei Scharfschutz Und ein Panzer Ziemlich denn Fahrsch Wie viel Unterschall Okay Die hole ich mir jetzt Sonst Bande nehm ich ab Also ein Kumpel direkt hinterher Den geht jetzt leider in Deckung Aber den kriegen wir auch noch Weil der nämlich nicht gemerkt hat Wo ich bin Und Tschüss Damit geht auch der Panzer In den Arsch Yes Gott sei Dank Oh das war knapp ey Dachte das kriegen wir nicht mehr hin Habe ich die denn jetzt alle markiert Das ist noch weiter hinten Wo der Typ eigentlich ist Zwei Schoß habe ich noch Einen benutzen wir mal hierfür Weil das muss sein Das gehört dazu Komm Das gehört auf jeden Fall dazu Rasiermesser Pakete Okay Das ist ja noch Rasiermesser Pakete Ich habe keine Ahnung Komm hier irgendwo sind Drei Gegner Da ist schon mal der erste Ist der gleiche Der andere dabei Ja Dahinter sind auch noch zwei Eins Zwei Dahinter ist auch noch einer Direkt an dem Explosive Ja Nicht erreicht Oh da ist ein Sniper Shit Oh da ist wirklich Da ist wirklich fünf Oh so eine Kacke Oh wo Hey der war doch gerade einer da Ach das ist ein Sniper Habe ich gar nicht gecheckt Oh da Wir holen uns doch schnell und dann müssen wir hier weg Denk ich Ja wir müssen hier weg Wir müssen hier ganz schnell weg So viel damit wie geht Shit Shit Mach ich den hier Was nachladen man Ich Mach hier da jetzt so viel wie geht Und Töte so viel wie geht Aber noch Haben sie nicht trianguliert wo ich bin Man Jedes mal halte ich das gedrückt Und dann passiert das Jetzt habe ich erstmal Radau gemacht würde ich mal behaupten Alter Drei Panzer noch Ich muss mich doch verarschen Das gibt doch gar nicht Wie soll ich das denn machen Der hat mich jetzt gesehen Der Panzer hat mich gesehen Natürlich hat er das Ne Irgendwo anders Was habe ich beide? Das könnte gut aussehen Ja Jawoll Doppelkill War ein Doppelkill Granatenschuss Auch trotzdem Doppelkill oder? Sprengstoffkill Scheiße Ich weiß noch nicht Ah wie viel habe ich denn Fünf von zehn So eine Kacke Da geht die Eingeweide So Herztreffer Soldaten haben wir nicht mehr viele? Das war ja einfach Shit Wo kommt die denn her? Und zwar Ich treffe das Doppelkill Egal, ich mach mal so. So, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's hier. Ja, wissen wir doch nicht. Irgendwie auf jeden Fall weiter. Mal gucken, ob ich die Panzer... Ich weiß noch nicht, wie ich die Panzer machen soll. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.